was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls 22 im true farming 2 projekt auf der map raybach zusammen mit den sven so sven die partie habe ich dich gut platt gemacht dafür wäre ich der chef am neuen land mobiles problem kenne ich das problem ach ja Achso, ja, ich sollte mich ja beim Ostwien melden, oder was, wegen dieser Anwaltsgeschichte? Ja, genau, er sagte, wenn du mal Zeit hast, sollst du ihn mal eben bitte anrufen, genau. Dieser Apache kotzt mich an, er hat zugemacht. Kannst du kurz aufmachen? Ich gebe mein Bestes. Ja, das reicht doch so, oder? Ja, passt, komm rein. Ja, das ist doch nichts. Ja, ich rufe nachher nochmal der Gikara an. Äh, eben, wie läuft's denn da jetzt? Ja, läuft sehr gut, sehr, sehr gut. Schmetterlinge sind da. Wollen wir gleich nochmal in unserer Mehl-Kleidmacher-Müder vorbeigucken? Ja, genau, wir haben ja jetzt den großen Hänger, da würde ich das gleich mal machen, dann kannst du ja auswählen anrufen, wenn du willst, dann fahre ich da mal hoch und wo die Sachen. Ja, genau, wir können ja gleich mal gucken, ob was draußen steht, ja. Oh ja, da steht wieder was, ja. Guido Pech, Agro-Center, was kann ich für Sie tun? Ja, äh, der gute Herr Ewald hier, moin. Moin Ewald, was geht denn? Ich stehe bei mir im Agro-Center gerade hier, in der Nachbarschaft, aber ist keiner von euch da. Ja, das kann nicht. Guck noch mal richtig. Also ich sehe, ich sehe die Tönstelle auf, dein Playboy ist schon drei Wochen alt, du sollst mal einen neuen holen, würde ich aber auch behaupten. Das Foto von sich, wenn, macht mir Sorgen, was du da liegen hast? Also, wir sehen dich da, ne, also, äh, du stehst, glaube ich mal, ja, was würde ich sagen, zehn Meter von uns weg, nicht mal. Ja, ja, aha, aha. Ja. Gut, okay, dann hören wir uns ja jetzt. Ja, wir waren die ganze Zeit hier. So, Inventur, passt alles hier hin. Ja, ja, alles klar. Moin. Moin, moin. Wunderschön. Was kann man gegen euch tun? Moin. Ja, wir wollen einiges an euch loswerden. Und was? Genau. Wir haben hier Silageballen, feinstes Material, frisch gepresst, Hand verwickelt und... Ich hab ne geile Folienfarbe, muss ich sagen. Ja. Ich wollte eigentlich die rosa noch haben, aber irgendjemand hat die dann doch geändert. Ja, und dann wolle ich. Ja, Mann. Und die rosa noch ein bisschen was. Die rosa, die sieht man auf den Feldern hervorragend. Der grüne, das findest du nicht immer so gut. Ach so. Grad, wenn ein bisschen dunkler wird. Geh da mal einen grünen Ballen auf einer grünen Wiese suchen. Wenn du das übernehmen, dann geh ich telefonieren. Ja, mach das. Wir haben noch mehr davon. Das heißt, wir würden vielleicht mit dem Wort auch erst aufschreiben. Ich weiß nicht, wie viel Kapazität ihr habt. Das wollte ich sagen. Pass auf. Wir nehmen das natürlich an. Ihr wollt bestimmt auch einen Preis. Wie viel, denke ich mal? Ja. Du hast uns den Preis pro Tausendersatz und wir schaffern dir dann alles von unserem Hof, was wir jetzt überhaben, und fertig ist, hierhin. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt noch 22 Spallen Fert statt drüben parat. Ja, also wir nehmen definitiv alles. Also wir geben euch für Silage, geben wir euch 300 die Tausend Liter. 300. 250, Entschuldigung. Einkauf, das war Verkauf. Äh, 250. Ja, 300 klingt super. Dafür würde ich das auf jeden Fall nehmen. Bin ich auf 2,75 einigen? Warte mal, ähm. Das ist ja fair. Och, ich bin ja nicht gut. Komplett falschen Dingen. Falsche Zeile gerutscht? Ja. 250, ja doch, 250. Aber 2,75 bei der Menge, die euch bringt. Ja, würde ich sagen. Na komm, 2,75, das geht doch bestimmt. Das ist so eine dumme, krumme Zahl. Ja, das ist, äh, 3 Viertel. Das war's nicht. 200 plus ein 3 Viertel von 100. Das war klar, dass ihr höher geht, aber. Ja. Wir können auch 300 machen, das ist einfach zu rechnen. Ja, glaube ich auch. Wir können auch 200 machen, das ist noch einfacher. Über 5. Äh. Also 275. 62. Dann 270. 265. 2,68, 50. Wenn wir hier mit 50 Cent, ey. Ich kann wirklich nicht höher, das ist so, das ist echt klar, schon. Machen wir 2,65, ist in Ordnung. Machen wir 2,65, ist doch, das klingt doch feier. Dann machen wir das mal kurz. Dann notiert euch das, notiert euch die Ballen und wie viel in einem Ballen drin ist. Und wenn ihr fertig seid, 5000 Liter. Und wenn ihr dann fertig seid, sagt ihr die Gesamtzahl und dann bezahlen wir das einmal durch. Und Mist, bringen wir euch auch noch ein bisschen, aber da schreibe ich mir irgendwie so mal auf, was wir haben, weil das kann ich jetzt noch nicht, wie viel ist es. Ja, alles klar, machen wir so. Perfekt, gut, dann wo soll man es hinbringen, alles? 75, 65 haben wir gesagt. 25, hier in der Halle rein. Ach, dann mal davor abladen und dann kommen dann Jungs und laden es ein. Ja. Okay, perfekt, alles da. Alles klar. Dann für dir. Uh, was, ich habe nicht mitgekriegt, was? Wenn man hier drüben in der Halle, guck mal. Warte mal, ist der andere von euch? Nein? Ne, der ist neu. Den habe ich auch gerade erst kennengelernt. Ja, aber hier, hier ist der Abladepunkt, da kommen wir die Kollegen von ihm und laden das in die Halle rein. Ach so, für die Ballen hier einzulagern. Ja, genau, da einfach rein. Den fahre ich jetzt gleich hier sofort weg, weil ich wohl gleich meine Mehlpaletten. Ich muss noch eben den Kunden da abweilen. Ja, alles gut, alles gut. Den, auch kein Stress, kippe ich denn ins Lager einfach rein, ne? Äh, ja. Gott. Ja, ja, ja. Kannst du eine 4-Volt herzlichen? So, guter Herr, was kann ich mir so tun? Hallo, Herr Pech. Hallo. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Hatten wir? Ja, hatten wir. Sie hatten mir den Dötz gegeben zum Abfahren vom Feld 25. Der Praktikant, ne? Genau, oder Praktikant. Ja, alles klar. Mach's heute nochmal einen Tag, oder was? Ich würde fragen, ob es noch Arbeit gibt. Ansonsten würde ich mich ja erstmal bei der Bürgermeisterin, ich habe ja schon gehört von Herrn Schmidt, dass hier eine Bürgermeisterin ist. Ja, genau. Würde ich mich erstmal anmelden, dass ich überhaupt erstmal hier da bin? Pass auf, ich habe heute wirklich was für dich. Der Sven und ich, wir müssen heute nochmal weg, weil wir sind nachher noch eingeladen. Und ich würde dir einfach mal als Bewerbungsprobe, kannst du hier bei uns den Landtunnel, solange die Leute hier beschäftigen, bis wir wieder da sind. Mhm. Genau, also erstmal kein Geld, das sagst du den Leuten so, ey, ich bin nur Praktikant, Aushilfe, bla bla, ich kann momentan nicht Geld, nichts auszahlen, ich kann aber alles annehmen. Dann schreibst du einfach auf, was die gebracht haben, wer es gebracht hat und wie viel die gebracht haben. Das könnte ich machen, ja. Ja, und dann gibst du uns das einfach und wir machen nachher den Rest. Mhm, alles klar. Wenn jemand kommen sollte, sag ich mal. Dann hole ich dann aus meinem Auto erstmal meinen Fett und den Stift. Genau, melde dich erstmal an, tu mal alles so heute Laufe des Tages. Ich habe ja deine Nummer, dann rufe ich dich dann einfach an, wenn du nicht da sein solltest. Wenn du jetzt gleich mit Anmelden und sowas fertig bist, komm einfach hierher, ich habe Arbeit auf jeden Fall für dich heute. Ja, da melde ich mich mal bei der Börgermeisterin. Ja, mach das. Ich frage, wo muss ich denn da hin? Zu der Gemeinde, das ist, wenn du hier bei uns rausfährst und dann, also hier direkt vorne, da hinter den Pöllern links, dann direkt wieder rechts, dann wieder links und dann nur noch geradeaus und dann wieder links. Alles klar. Das ist, äh, das ist, äh, Vorsicht hinter Ihnen. Das ist, ähm, äh, Dankeschön fürs Bescheid geben. Äh, das ist gegenüber vom Farmhaar, vom Eichenhof, vom Eichenhof, da bei Feld 1, da, äh, ist das, äh, Gemeindezentrum. Alles klar? Ja. Gut. Dann warte ich das mal tun. Mach das und dann, wenn du fertig bist, kommst du einfach wieder hierhin, meldest dich, dann passt das. Alles klar, da melde ich mich. Alles klar. Und wenn die Alte da irgendwie von, äh, von der Bürgermeisterin da irgendwie sowas Stress macht, sagst du, Fräulein, ich kann auch den Guido anrufen. Dann ist die meisten schon ruhig. Ja, ich will sie nicht gleich verärgern. Ja, verstehe ich schon. Aber wenn es doch Stress geben sollte, sagst du, äh, ich hol Guido. Alles klar. Okay. Alles klar. Gut, ich muss los. Ju, bis dann. Bis dann. Ja. So, jetzt werden wir mal das schöne Mehl holen und dann, ähm, lagern wir das ein, weil wir müssen bald verkaufen und dann gibt es richtig Kohle. Wir müssen dann halt nur zusehen, wie wir das Geld vom Apache verstecken. Weil, ich will dafür kein Geld. Keine Steuermalsche. Was ist so das Ding? Das heißt, entweder machen wir eine große Ausgabe. Kaufen irgendwas, was wir vielleicht gar nicht brauchen, aber cool hätten, dass wir es haben. Oder. Oder, ich lasse mich nur noch Bar bezahlen. Die größten Mengen. Und tue das Geld auf ein separates Konto einbuchen, was nichts mit mir zu tun hat. Und dann muss ich das Geld nur irgendwie waschen. Das lasse ich dann waschen über die Stadt. Die spanne ich damit ein. So richtig hinterhältig. So, Spenden geben. Ich mache selber Organisationen auf, die Fakes sind. Ich schicke dort die Spenden hin. Und stelle mir selber die Rechnung aus. Eigentlich total doof. Aber die Leute hier sind ja auch nicht die Hände. Das Ding hat kein Autoload. Nö. Als wenn ich mich jetzt hier... Nö. 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 Ich packe das doch hier nicht an, die Scheiße hat mit dem Autoload. Sag mal. Nö. Da, da, da. Mein ich. Da fahre ich lieber mit dem Kleinen 20 Mal hin und her, als die Scheiß Paletten an, um eigentlich nicht zu beladen. Mein ich. Das ist der größte Rotz-Paletten beladen, ey. Ich glaube, wir haben den Kleinen verkauft. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach. Aber, nee. Was, das dauert nicht zu lang, dann. Aber wir haben doch einen Praktikanten. Ha! Ha! Tschüss, Glein. Gino? Ja? Operation Roter Ater läuft. Naja. alles gut was soll ich machen hast du irgendwas ich wollte gerade die paletten beladen die haben der stapler bei denen ist kaputt und jetzt wollen die das wieder machen so mit dem neuen anhänger ich weiß ja nicht ach echt ja aber wir haben ja noch einen praktikanten wollen wir den das machen lassen ich glaube das ist ein lieferfehler die 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 rampe ist also jetzt erst zu hoch bei den stapler da muss man mal gucken dann immer mal den kleinen da muss man denen wahrscheinlich mal noch mal mit einem händler drüber quatschen bist du deinem roten traktor denn ja ich wollte ja mal ein bisschen aufräumen als arbeit hat rosenberg gesagt naja das war die story erzählt wie sie ihre führerscheine losgewerden losgewerden losgeworden sind und dass er das ja dass das geschäftsschädigend ist was ja schon mal auf jeden fall gut nachvollziehen kann und ich habe ihnen jetzt gesagt dass ich natürlich ohne mandatsvertrag nichts machen kann ja erst mal ran und ich werde einmal jetzt wenn wir ja es gröbste rum haben werde ich mich mal in unser pappenauto setzen und da wäre ich mal nach fichtal rüber düsen und dann wäre ich mit ihnen das klären und dann wäre es gleich mit ihnen vertrag aufsetzen bezüglich der saatgut dünger kalk geschichte was der von uns kriegt damit man da auf jeden fall auf der sicheren seite sind weißt du ja ich soll das kümmern kurz was anderes ansprechen haben wir noch den ladewagen am hof ladewagen hatten wir noch nie ich habe noch einen ausgeliehen bei bei dem hof da bei dem schafshof kann das sein dass der mit dem traktor ja das steht bei uns auf dem silo auf dem silo also ja auf der abladefläche vom silo favorit vom anhof davor ja dann habe ich das verstehen lassen ich sammle gleich das strohle ein weil dann können wir das feld nämlich fertig weitermachen weißt du willst du das machen ich mache ich machen ach gott unser silo ist schon wieder auf fall ich habe es da erst leer gefahren ja ja da müssen wir erst mal eine produktion kippen sitzt nix da weiß ich auch nicht da hat auch irgendjemand bei der planung geschlafen einer der gar keine ahnung von der landwirtschaft ja versteht das schön glaubt da waren die brüste richtiger ich bin mal kurz mit der cara telefonieren wenn der praktikant wieder kommen sollte der ist eben bei der stadt sich anmelden und so er kann entweder das stroh aufsammeln auf 24 oder paletten fahren mail von der bude wenn er möchte du bist ja ja okay so wie du es jetzt gesagt hat ist na ja ich hab mir machen erst mal unsere arbeit fertig was so lange muss erwarten ich dachte du fährst jetzt gleich direkt rüber weißt du in nee nee das hat erstmal priorität hier bei uns was ich muss erstmal vertrag aufsetzen dann brauche ich mal zehn minuten ruhe weißt du muss da erst mal ein paar knebel klauseln noch einschreiben ja ich bin mal eben kurz mit der cara am telefon ja ich bin gleich wieder mit mädels guten tag mal für dich ich sag mal die du hattest uns doch märchen verkauft na ja wo sind die denn die habe ich oben die wo hast du die julio die habe ich ja habe ich oben am hof so die leitung ist wieder frei da kommt ja schon karekabowski hallöchen ja hi guido na geht's ja es ist gerade schwierig mit onkel arthur warum ach ja der hat ganz schwierige gedächtnisstörungen ich werde mit dem arzt noch mal sprechen konnte gerade nicht erreichen leider aber es ist gerade schwierig er ist gerade mit seinem hoflader auf dem feld mit der schaufel und schiebt sein gras von rechts nach links okay also ist er gerade nicht ansprechbar ja doch schon ich kann dir aber nicht viel versprechen er wusste noch nicht mal wer du bist ja ich habe ihn eigentlich noch was gefragt und ich wollte mal fragen ob er schon was herausfinden konnte aber ich gebe ihnen versuch dein glück ja ok unkel arthur ja guck mal ich habe hier die du am telefon vielleicht erkennst du ihn an der stimme ja hallo hallo arthur wie geht's dir die du hier du hier ach so warte mal du bist ja landhandel ja ja sehr gut kannst du dich vielleicht noch an unser gespräch erinnern wo ich dich noch was nach gefragt habe ja ja tatsächlich echt jetzt ja ich weiß auch was hast du da was herausfinden können ja ich habe was herausfinden können aber ich glaube dass wir dich nicht freuen so naja finanziell ist halt ein bisschen mehr ach das ist nicht schlimm ach was echt nicht ich habe geld und was die leute müssen alle zu mir kommen aber da mache ich mir keine sorgen drum da wenn das so ist das ist kein problem das kriegen also dann also dann ja also ich weiß es aber ich kann es jetzt nicht sagen ich verstehe ich verstehe am besten ist du machst dir mal die brieftaubestart klar machst du den zettel rein und schick sie rüber was echt nein keine ahnung melde dich einfach wenn du zeit hast ok ich hätte jetzt versucht irgendwie eine eule zu finden oder so wie harry potter ja genau harry plotter also ich bin ja auch ganz ehrlich ich wäre auch ein guter zauberer ein böser zauberer glaube ich bin es ja ich wäre bei dem bei dem mit dem schlangen symbol ich weiß wie heißt die haffelpuff schlisserin oder so keine ahnung ja ja ok das sind die bösen ja ich hätte mir hermine geklärt wow das wäre ein plot twist gewesen gib mir nochmal die kara bitte und melde dich wenn du Zeit hast alles klar kara hier bitte für dich dankeschön ich glaub guido oder so ja das ist richtig onkel arthur ja ich wollte mich wenigstens noch bei dir melden ähm ich wollte noch fragen hast du heute Zeit mhm ne ne schwierig bin total verplant es tut mir leid okay ja kann man nix machen was hast du heute noch irgendwie zu tun äh nicht mehr so allzu viel deswegen ja und 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 äh äh Sven auch nicht okay gut wieso wieso frage ich will mich ja nur es interessiert mich ja einfach nur was du so machst ne und Sven das hört sich gerade so an als wenn du äh was besseres vorher hättest also besser als mit mir und ähm ja ähm weiß ich nicht ne ja es wird sich zeigen wie gut das ist was was ja wird sich zeigen da hast du wohl recht okay ähm ja 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 äh ja ähm ich würde mich bei dir melden ja ist gerade schwierig okay hab zu tun ja alles klar okay okay gut wir hören uns ne ja tschüss gut tschüss die Frau Wachtnel vom vom Gewerbeamt Sven ja hallo Frau äh warte äh Sekunde ja was ist denn los komm mal mit ich hab ja noch die Frau Wachtnel vom Gewerbeamt ja Frau Wachtnel ist mir scheißegal was kann ich für sie tun ich wollte mal fragen ob der Agrocenter angemeldet ist Sven ich bin ich bin der Herr Konig du ich hab ich hab gerade wie sind Sie denn ich bin der Herr ein Dresende ich hab gerade mit äh Kara telefoniert ja und hab sie gefragt ob sie heute Zeit hat und so und sie hat gesagt nein ist gerade schwierig und blau und blub ich glaub das wird doch nix oh scheiße äh ich hab hier so ne Frau vom Gewerbeamt dran die will irgendwas ob das Agrocenter angemeldet ist weißt du hast du die Unterlagen irgendwo hier ja hier am PC unter äh Besitzurkunde Frau Frau Grundne Grundne wie war der Name Frau Wachtnel Frau Wachtnel ist doch fast das gleiche also wir haben hier die ganzen Unterlagen ja was brauchen Sie jetzt von mir ach schicken Sie es einfach mit der Kopie per Post oder per E-Mail ins Gewerbeamt ja können Sie mir ähm meine E-Mail Adresse nennen ja schicke ich rebachgewerbeamt punkt dot ne dot äh punkt dot ach net mal neun mal zehn mal elf de äh äh genau ja okay alles klar passt gut dann oh haben Sie es gehört E-Mail Adresse wurde nicht gefunden nicht zustellbar ja da müssen Sie mal gucken ja ich guck mal nach Ihrer E-Mail finde ich bestimmt im Internet ne Frau Grundner ne Moment ja guck du ne warten Sie mal das heißt ficht ne rebach schräg schräg ficht ha ja wacht ne nicht mehr andere die E-Mail Adresse ach Sie meinen wachtner at rebach punkt dot äh genau ja ist doch gar kein Problem schick ich da hin ist abgeschickt danke schön dann bis dann wenn sollte was sein rufe ich doch mal an na klar ne schönen Tag wünsche ich Ihnen tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du brauchst doch die Gewerbeanmeldung und alles. Das musst du doch gemacht haben. Nee, ich hab das doch damals alles übernommen. Das hat doch der... Ja, Guido, das musst du doch, nachdem die weg ist, neu anmelden, damit das die Firma... Läuft die Firma überhaupt auf dich? Ja, ich glaub schon. Hast du irgendwas gemacht mit dem Gewerbeamt, nachdem die Lucy weg ist? Ja, nee, weil... Hast du dort den Eigentümer umtragen lassen? Nein, weil wir ja gar nicht... Wir sind ja nur die Pächter so gesehen. Das hat doch damals der Apache gemacht. Wir sind doch bei Apache so angestellt. Ja, wir sind doch die Pächter von dem... Grundstück. Auch von dem Landhandel. Ja, das Grundstück ist damit gemeint. Aber die Firma, das Agro-Center, da gibt es einen Geschäftsführer und den müssen wir beim Gewerbeamt eintragen lassen. Das hast du nicht gemacht. Nee. Ich ahne Schlimmes. Haben wir jetzt die ganze Zeit schwarz gearbeitet? Na, das nicht. Wir haben ja Steuerung gezahlt, aber eventuell... Ja, müssen wir mal schauen. Könnte uns jetzt jemand verklagen und den Landhandel uns wegnehmen. Aber... Mach dir keinen Kopf. Krieg mal schnell hin, Guido. Ja, wie immer. Ja, das sind die beiden neuen. Ich hab denen mal den Landhandel gezeigt. Ja. Moin. Fiete de Koning, mein Name. Hi. Du bist neu, oder was? Ja, ich bin heute in der Stadt angekommen. Ach, Entschuldigung. Mein Name ist Guido Pech. Hallo. Hallo. Oh, mit dem Namen haben sie aber auch nicht viel Glück, wa? Na, sag ich dir. Ist das aber dann so, dass das wirklich so ist, oder ist das vielleicht doch der Gegenteil davon? Mal so, mal so, ne? Ich sag mal so, wenn ich es mach, hab ich mehr Pech. Wenn Sven irgendwas macht, hab ich mehr Glück. Na ja, dann hältst du es ja in Waage. Ja, so kann man sagen. Also alles den Sven machen lassen, dann haben sie immer Glück. Genau, das ist mein Plan. Ich will eigentlich nachher nur noch irgendwie meinen Arsch auf den Malediven bräunen lassen. Geh doch mal schnell telefonieren, Guido. Ja gut, wenn es Sven machen lässt, oder wenn sie es Sven machen lassen, dann wird das wahrscheinlich so funktionieren. Ja. Da mach ich mir keinen Kopf drum. Hallo, Guido Pech. Lantan, was kann ich für sie tun? Na, hallo. Arthur, hallo. Arthur, hallo. Du wolltest es ja wissen, da. Also ich hab die mal so ein bisschen ausgequetscht. Ja. Ich hab halt echt Angst, dass das ein bisschen so für dich vielleicht ein bisschen zu viel ist. Aber ich weiß ja nicht, wie viel dir die Karre wert ist. Weiß ich nicht. Hört sich grad so an, als wenn sie nicht mehr so viel Lust auf mich hätte. Aber hau erst mal raus. Lass dich einfach mal. Ja, nee, komm, ist egal. Sie hat ein Auge geworfen, auf dem Audi A6. Ja? Ja, ernsthaft jetzt. Ja, ist doch kein Problem. So ein Audi A6, am besten alles in schwarz. Alles in schwarz. Ja, sie steht auf schwarz. Vielleicht auch kleiner Hinweis. Für dich. Boah, da kann ich echt nicht mithalten. Wie kannst du dich mithalten? Ja, ich bin mit meinen 16 voll zufrieden. Mit der was? Mit meinen 16 Zentimeter bin ich voll zufrieden. Oh, wow. Ich kann da nicht mithalten, das ist echt leid. Arthur. In der Hinsicht habe ich es eigentlich nicht gemeint. Achso, ja, okay. Nein, alles gut. Ja, okay, dann ist ja gut. Aber, Arthur, ich weiß nicht Bescheid. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, bitteschön. Jo, ich melde mich nochmal. Jo. Jo, tschüss. Tschüss. So. Sind jetzt 16 Zentimeter Pech oder Glück? Weiß ich nicht. Der Durchschnitt liegt bei 14. Aber mit 16 habe ich, glaube ich, Glück. Ich weiß nicht. Er ist über dem Durchschnitt, das stimmt. Das stimmt. Aber wir reden sofort weiter. Wir trinken mal im Büro einen Kaffee. Okay, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Wer der Neue ist und was unser Praktikant hier macht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Das Däumchen nicht vergessen, einen Kommentar schreiben und die Glocke aktivieren. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.